Hallo Sandy! Hallo! Du bist gerade in Guatemala, kannst uns leider nicht live miterleben. Ja, wir sind gerade am Kemnader See und wir wollten dir auf jeden Fall alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ja, alles, alles Liebe. Schade, dass du nicht bei uns bist, aber wenn du wiederkommst, dann müssen wir das nachholen, dann gehen wir mal alle zusammen in den Spirit. Genau, dann feiern wir dich richtig im Spirit, deinen Geburtstag und dich. Ja, wir senden dir auf jeden Fall alles Liebe zu und hoffen, du kriegst es noch in der Zeit, wo du da bist, weil sonst ist der Effekt ja nicht so geil, ne? Genau. Alles Gute! Herzchen! Hallo Sandy! Hallo! Alles Gute zum Geburtstag? Ja genau, alles Gute zum Geburtstag. Hätten wir mehr Zeit gehabt, uns vorher was Kreatives auszudenken, hätten wir es gemacht. Aber, okay, Muni hat uns überfallen und deswegen, ja, alles Gute zum Geburtstag. Viel Spaß in Guatemala? Guatemala? Guatemala und Joa. Und Joa. Ich hab jetzt die ganze Zeit nichts gesagt. Dann sag jetzt was. Tut mir irgendwie leid, aber mir fällt mir klein. Sag, wie sehr du die lieb. Ich hab dich lieb. Wir lieben dich! Nico und Flemming schnicken gerade darum, wer anfängt, dir Grüße zuzusenden. Achso, du nimmst schon auf, hallo. Nimmst du auf? Ja. Okay, ich hab grad beim Schnicken verloren, also wir wünschen dir erstmal alles Gute aus dem mittlerweile sonnigen Dortmund. Ja, alles Gute zum Geburtstag, schöne Grüße nach Guatemala. Guatemala? Ja. Guatemala? Ja, was weiß ich, wo die ist? Chipran. Okay, Chipran. Herzlichen Glückwunsch erstmal so, ne? Nico. Das vermisst nicht ganz doll. Wie sehr lieb hast du Sandy? Ganz doll. Sind sie vollkommen gesund wieder. Okay, hallo Sandy, alles Gute zum Geburtstag. Hi, wir sitzen hier gerade im Flemmingsgarten und wenn du hier wäre ein Befehl sein würdest, hätten wir bestimmt sehr viel Spaß mit dir. Hier ist ein Pool. Ich glaube, das wäre sehr witzig geworden. Viel Spaß in Guatemala, sammle viele neue Erfahrungen und ich hoffe, dass du bald wieder da bist. Genau, ich wünsche auch noch viel Spaß und genieße es. Bis dann. Tschüss. Was Nettes, äh, äh, äh. Wir haben dich alle ganz doll lieb. Was machst du da eigentlich? Weißt du, du solltest mit auf diesem Video sein. Genau, gib mir mal die Karte. Ja, ich bin der perfekte, nein, nein. So. Willst du auch was Nettes eigentlich? Das ist ein... Wollen wir dir das Video ein Baby schicken? Ja. Das ist ja wundervoll. Alles klar, wir wünschen dir alles Gute. Das ist ein Video für dich, wenn wir dich lieben. Hallo Sandy, alles Gute zum Geburtstag auch von mir. Ich hoffe, dir geht's gut in Guatemala. Und, ja, wir haben überlegt, dass wir dir ein Lied spielen. Und Moni unterstützt mich im Hintergrund. Und, ja, es geht um die Liebe und wir wollten dir als liebe Person das jetzt mal mitteilen. Alles klar. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war's auch schon. 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 Ja, das war's auch schon.